Energiereich glücklich. Sie hören den Podcast von Malkiel-Ruven-Dietrich, Energie-Life-Coach, Astrologe und Medium in der siebten Generation. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Podcast Energiereich glücklich. Es hat sich ganz viel getan hier bei mir und bis alles sozusagen richtig sortiert war, hat auch der Podcast jetzt leider eine Pause gehabt. Aber ich bin froh, ich bin zurück mit euch, mit neuer Technik und ich hoffe, dass es sich gelohnt hat und ja, dass ihr mich super gut hören könnt, dass ihr eine klare Stimme von mir hört und ja, es hat sich bei mir ganz viel getan. Ich habe die Pandemie genutzt, hier in Baden-Baden mein Ausbildungszentrum zu bauen, einen kleinen Shop zu bauen, ein wunderschönes YouTube-Studio, vielleicht habt ihr ja mal die aktuellen Videos gesehen, ansonsten Link ist unten natürlich zu meinem YouTube-Kanal auch drin und dort habt ihr natürlich immer jeden Tag ein tägliches Orakel, das beinhaltet immer die Abendbotschaft, also wie wird der Abend und wie wird der Folgetag erstmal allgemein und dann natürlich nochmal für jedes Sternzeichen. Also da könnt ihr ganz, ganz vieles erfahren. Ja, ich muss sagen, ich bin guter Dinge jetzt im neuen Jahr angekommen. Es hat auch einen Monat hier gebraucht, muss ich dazu sagen. Also es geht ja nicht immer alles von heute auf morgen, aber ich bin jetzt in der guten Energiewelle angekommen und deshalb spreche ich auch wieder zu euch. Denn die Energiewelle, die wir jetzt erstmal so haben im Februar, ist natürlich ganz, ganz, ganz groß. Denn wir atmen uns frei und es sind ganz tolle Lichtfrequenzen jetzt am Wirken. Wir haben mehr Tageslicht, was jetzt in die Zellen kommt, was unsere Erinnerungen wachruft und Neues will natürlich in uns keimen und erblühen. Wir sind noch so ein bisschen im Winterschlaf drin, aber spüren jetzt eben genau diesen Aufwärtstrend. Wir haben jetzt aber auch nochmal zwei Schwendtage, am 6. und am 8., die etwas leichter sind, aber dennoch uns vielleicht nochmal kurz nach unten schwingen lassen. Ganz wichtig ist der Portal-Tag, der am 10.2. ist. Das ist wiederum ein Portal-Tag, der doch relativ viel möglich machen kann für euch, für uns alle sozusagen. Und hier geht es um Balance und um Ausgeglichenheit. Also das ist so das Hauptthema. Finde wieder deine innere Mitte. Das ist auch die Zeremonie, die ich anbiete, für die du dich natürlich gerne registrieren kannst. Meine Webseite ist übrigens auch ganz neu, ganz übersichtlich gestaltet worden. Auch da lohnt sich der Klick. Auch der Link ist natürlich wie immer unten für euch drin. Ja, meine Lieben, dieser Portal-Tag spiegelt uns aber auch genau die Themen, wo wir eben im Ungleichgewicht sind, die wir ins Gleichgewicht wieder bringen und balancieren sollen und müssen. Und dann haben wir ja gleich noch den Neumond in der nächsten Woche, am 11.2., der Neumond im Wassermann. Wirklich, das ist der uranischste Neumond. Das ist ein Wirbelwind, ein, ja, fast schon ein leichtes Britzeln, was über dich kommen wird. Ein Regen voller schöpferischer Kraft. Und das absolut Geile daran ist, dass Venus und Jupiter so harmonisch wie lange nicht zusammenstehen und das im Wassermann. Liebe, Freiheit und auch so dieses Außergewöhnliche, genau das wird jetzt gefördert. Und das bringst du natürlich alles auch unter einen Hut, denn auch du wirst diesen Zauber in der Luft spüren und merkst, okay, ich bleibe hier dran, ich widme mich neuen Projekten, neuen Ideen, neuen Erfindungen, Bewerbungen, ja. Und all das ist der Startschuss am 11.2. in deine Zukunft hinein. Jetzt sind wir ja natürlich auch immer noch im Lockdown drin. Wir haben die Corona-Pandemie und die wirkt sich natürlich auch wirklich auf zwei Arten auf eine Beziehung aus. Entweder bröselt es, ja, das wäre das Negative, oder sie wird gestärkt, ja. Etwas in der Grauzone ist ganz enorm selten. Denn diese Zwangsnähe wirkt auf eine Partnerschaft ja wie eine Lupe, ja. Also können natürlich die guten Eigenschaften verstärkt, aber natürlich auch die schlechten verstärkt werden. Deshalb gibt es entweder im Moment eine große Trennungswelle oder wirklich eine Heiratswelle, ja. Es mag widersprüchlich klingen, aber es ist in der Tat so, ja. Und Beziehungen in Krisen radikalisieren sich enorm, ja. Das Gute wird besser, das Schlechte wird halt leider immer noch schlechter, ne. Denn alle Belastungen stellen die Partnerschaften auf den Prüfstand, ja. Und manche Paare verspüren ein ganz tiefes Gefühl von Zusammengehörigkeit. Verstärkt vielleicht auch durch dieses Endzeitszenario, was wir haben, ne. Andere zerrt diese Zwangsnähe regelrecht auseinander, ja. Und da müsst ihr mal sehen, wo ihr jetzt im Prinzip steht. Das ist nämlich ganz, ganz, ganz wichtig, ja. Partnerschaften haben immer eine eigene Nähe, eine Autonomiegleichung. So kann man das fast sagen, ja. Und Partnerschaften sind gut, sie vertragen viel Nähe. Und damit ist mir nicht gemeint, dass man alles jetzt zusammen machen muss. Wir können ja eh nicht so viel machen. Sondern, dass man natürlich auch dem anderen Raum und Zeit lässt, etwas alleine zu machen, ja. Aber auch diese innere Ruhe kann eine gemeinschaftliche Kreativität fördern. Was ich, muss ich sagen, sehr, sehr, sehr positiv sehe. Wenn wir kreativ mit diesem Potenzial umgehen, ja. Wichtig ist nur, wir dürfen nicht in die Verzweiflung reinkommen, ja. Denn wir müssen vielmehr das Gefühl und auch dieses starke Gefühl von Gemeinschaft erleben. Und ich glaube auch, dass wenn ihr euch mit eurem Partner, mit eurem Wunschpartner oder ähnliches auch trefft, dass die Begegnungen viel intensiver sind als zuvor. Und das muss man jetzt wirklich sehen, ne. Es gibt aber natürlich auch das Beispiel, dass diese Zwangsnähe sich schlecht auf eine Partnerschaft ausübt, ne. Deswegen kommt es auch zu vielen Trennungen, ja. Also während des ersten Lockdowns und des ersten Halbjahres 2020, als Corona gerade mal aufgetaucht ist, war die Trennungswelle fünfmal so hoch als in den ganzen Jahren zuvor, ja. Und es ist natürlich auch ein gewisser Test, ist das Ganze überhaupt noch so intakt, wie wir das irgendwie haben wollen, ja. Ich meine, jede Beziehung hat ja letzten Endes eine Gesamtrechnung, ja. Zum Beispiel weiß der eine, dass der andere im Haushalt eine totale Niete ist und dafür aber sehr gut organisieren kann oder einkaufen kann, zum Beispiel, ja. Oder eine gute Feier oder ein Fest ausrichten. Gut, fällt jetzt auch wieder flach, das ist ein blödes Beispiel. Aber es ist eben oft so, dass die Gesamtrechnung durch dieses, durch das, dass wir unter dem Brennglas sind, also unter der Lupe, verzerrt sich ganz oft diese Gesamtrechnung, ja. Also man sollte auch da immer nicht so voreilig mit einer Trennung sein, sondern warten, bis das Gleichgewicht wieder einigermaßen hergestellt ist und das Leben wieder normaler wird, ja. Ich kann euch nur raten, hey, geht an die frische Luft, geht spazieren, versucht gemeinsam euch ein Hobby zu suchen, einen Sport, eine Beschäftigung. Es ist das, wo ihr dann auch natürlich wieder zueinander kommt und wenn es möglich ist, auch mal ab und zu eine räumliche Trennung. Ich kann nur sagen, seit ich jetzt hier meine Räumlichkeiten habe, mit den, es geht ja, gehen ja leider die Seminare nicht in Präsenz, gehen keine persönlichen Beratungen, aber immerhin YouTube-Podcast geht und irgendwann öffne ich auch hier wieder den Shop und dann können wir auch wieder schöne Seminare machen und dann könnt ihr auch wieder für Beratungen nach Baden-Baden kommen oder ich reise ja mal wieder quer durch Deutschland. Das wird alles wieder kommen und in diesem Sinne wünsche ich euch erstmal eine mega tolle, energiereiche, glückliche, positive Zeit. Von meiner Seite mucho, mucho amor. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020